Wir sitzen mit geradem Rücken auf der Stuhlkante. Die Hände entspannt auf die Oberschenkel liegen. Kopf nach links drehen und das Kinn anheben. Einatmen. Kopf stark nach vorn beugen. Ausatmen. Kopf nach rechts drehen und das Kinn anheben. Einatmen. Auf langsame Kopfbewegungen achten. Wiederholen der Übung fünfmal. Auf langsame Kopfbewegungen achten. 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 Wir sitzen mit geradem Rücken auf der Stuhlkante und die Hände liegen rechts und links neben uns. Schultern nach vorn fallen lassen, dabei die Daumen nach innen drehen. Ausatmen. Schultern nach hinten nehmen und die Daumen nach außen drehen. Einatmen. Wiederholen der Übung zehnmal. Wir sitzen mit geradem Rücken auf der Stuhlkante. Hände falten und Arme über den Kopf nach oben strecken. Schultern tief ziehen. Stellen wir uns vor, die Arme zu verlängern. Dehnung 20 Sekunden halten. Wiederholen der Übung noch einmal. bis zum 1965. Abs goodies, das ist bei uns schon Ding rücklockend. Untertitelung des ZDF, 2020